Ja, vergiss du! Rettung, lass dich! Ich werde dich nicht überraschen, sag! Hallo, was? Da haben wir mal einen. Da war doch auch gerade noch einer. Wo bist du? Da hinten ist er. Nachladen wäre natürlich besser gewesen. Da oben auch noch einer. Da habe ich jetzt oben getroffen. So. Aber jetzt. Ah, das. Oh scheiße, ist schon wieder so ein offenes Feld. Da kommt sicherlich wieder ein Panzer. Da kommt sicherlich wieder ein Panzer. Ja, die haben mich gleich, ich weiß. Aber ich verminde auch mal kräftig. Wir sollten nach oben! So. Oh, oh, oh. Da trifft schon wieder was. So. Jetzt werden wir umschauen. Nicht allzu schlecht. Na bitte, sag ich es nicht. Da ist schon ein Panzer. Den werden wir jetzt da herlocken, dass er da über die Minen drüber fährt. Ah, er hat mich ja schon gesehen. Er schießt sich eh schon ein auf mich. So. Ja, ich darf da nicht so weit weg. Ich muss mal warten, bis der Panzer daherkommt. Doch, der kommt auch her. Oder bleibt der still stehen? Oh, ja. Ein bisschen abblicken da alles. Er kommt, er kommt, er kommt. Ah, jetzt die Arschwarze da oben. Oh, der Panzer, der Panzer, der Panzer. Du musst hierher kommen, Junge. Da bin ich. So. Die sind im Arsch da oben. Er ist aber zu weit weg, dass ich ihn treffe. Scheiße, der Panzer kommt jetzt von der anderen Seite. Ah, das ist ein Zehr, Freund. Oh, das ist deine. Ah. Ja, ja, komm da rüber. Komm da rüber. Da, komm her. Den da oben holt sich er mal, Freunde. Der Nerv. Ah, jetzt ist er wieder. Hat er wieder umgedreht. So. Der ist noch immer da oben unterwegs. So. Komm, ein Stück noch vor. Alter, fahr vor noch ein Stück. Jawoll. So. Ach, Gott. Jetzt. Daher draufgegangen wäre, jetzt hätte ich mich noch einspissen. Aber das ist eh normal. Erfolg sein nimmst, kriegst du gleich wieder mal am Tempo präsentiert. So. Den haben wir mal. So. Jetzt schauen wir, dass wir weiterkommen. Okay. Ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht... Oh, schießen da schon wieder. Schweres Geschütz. Komm her auf, hon. Von der anderen Seite versuchen. Sieh, dass jetzt diese Raketenwerfer mit denen, die da schießen. Oh. Jetzt sehe ich die da oben. Ist der. Er ist das. Da greift ihn einmal an. Na ja. Alles klar, right? Muss der sein. Er hat sich auf mich eingeschossen. Ach, du Kacke. Keine Chance hat man da. Wirklich. Der hängt einen am Knack und die anderen machen gar nichts. Der lebt noch immer da oben. Schön. Schön lustig. Und für den besieglichen Slogan. So. Solange die eigenen Leute am Dach sitzen haben, werden sie es ja noch nicht beballern, oder? Oh. Was schießt da? Es dürften die anderen zwei Dütten da sein, offenbar. Wahnsinn. Da, bitte. Was macht er da? Du bist der Wiffe, oder? Aber bitte. Soll man recht sein? Ich sehe da die Dütten nicht. Ich kann auch von oben. Ah. Der spawnt vor mir auf. Das ist ja überhaupt leiband, ne? Freunde. Das mag ich sowas. Das ist natürlich State of the Art. Das ist eh ganz klar. Und das ist natürlich Hitmarker, Hitmarker. Und der hört nicht einmal zum Schießen auf. Aber jetzt haben wir ihn. Das war nix. Schauen, dass da drüben nicht auch noch welche rumhängen. Oben. Okay. Was schießt da die ganze Zeit? Wo ist da was? Es ist... Man sieht es ja nicht einmal. Es leuchtet auch nix auf, oder? Schau ich nur gerade in dem Moment nicht. Was ist so nervig. Da oben fliegt was rum. Jetzt habe ich es gesehen. Da muss das irgendwo sein. Wieder keine Gegner da. Erkennbar. Den hat es schon erwischt. So. Können wir da mal rauf. Sieht man zwar oben nix. Aber das heißt ja noch lange nichts. So. War das jetzt der Typ, der da um und um geschossen hat? Ja, schaut zumindest danach aus. Okay. Nein, das war es noch immer nicht. Ich wäre noch immer voll da getroffen. Das ist ja nicht normal, bitte. Was schießt da? Wo bist du? Da drüben ist jetzt noch einer. Oh Gott, das ist nervig. Geht's denn da jetzt wieder runter? Was liegt da rum? Da ist nur ein Heizkörper. Da geht's runter. Hauptsache ist, die wissen immer ganz exakt, wo ich bin. Oh, das ist ja gar kein eigener. Wieder gespawnt. Panzer oder sowas gibt's? Das muss irgendein Scheiß-Granatwerfer sein. Oder Raketenwerfer. Keine Ahnung. Das kann nicht der sein. Das kann ja der Einzelne da vorne jetzt noch sein. Er weiß auch genau, wo ich bin. Es ist scheißegal, wo ich hinrenne. Ich krieg sofort eine am Hellen. Das muss der Typ da oben sein. Wahnsinn. Voll das Gebäude weggenagelt da. So. Oh, 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 oh. Wo steht denn der rum? Die haben alle einen rauf. Genau. Da oben ist der. Das ist zum Verzweifeln. Wo ist der jetzt wieder? Haben's den jetzt erledigt? Das ist nur mit der eine über da vorne. Das dürfte der sein. Gut. Ah, das ist zart. Das ist echt zart. Vor allem diese ständige Bombardmauer, wo man keine Ahnung hat, wo es eigentlich herkommt. So, Freund. War's das jetzt? Oh, 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 oh. Das war's. Aber da geht's ja, glaube ich, so wie es ausschaut, gleich nochmal mit dem selben Schmäh weiter. Da vorne wäre eine Waffenkiste. Mal schauen, wenn ich zu der hinschleiche. Dann machen wir mal da einen schönen Überblick. Da hinten sind schon welche. Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist der nächste. So. Waffenkiste. Da wäre ich jetzt andere Waffe nehmen. Und zwar sekundär nehme ich da die Usas. Oh, 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 oh. Schieß, 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 schieß. Komm, komm, komm. Scheiße, ich bin da viel zu weit vorne wieder. Das darf man nicht so schnell angehen. Sonst wird man sofort um 10 geht. Ah, aber jetzt zieht mich schon. Ah, jetzt kommt die Deckung, haltet da nicht, macht nicht viel her. Aufpassen, dass man nicht flankiert wird von innen. Ah, da taucht auf einmal da hinten, spawnt einer auf. Der ist doch aufgespawnt. Wo kommst du her, du Freund? Bin doch gerade nicht da gewesen. So, was ist, wenn wir da überhaupt einmal ein Angriffsbefehl hingeben? Das funktioniert, ne? Okay. Oh, da schießen sie schon. Also, das ist... Oh, was hat mich denn da getroffen? Was war denn das? Ja, was soll man dazu noch sagen? Kein Kommentar. Na gut, dann probieren wir es noch einmal. Habe ich jetzt wieder... Nein, das will ich nicht. Dich, 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 dich. Also, ich höre meine Ursas nicht. Aber vorgehen oder nicht vorgehen, das ist immer die Frage. Und da oben, ja. Aber da kommt einer. Oh, ja, 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 das ist scheiße, scheiße. Ja, 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 komm. Ihr trefft mich immer. Es ist eh ganz logisch. So, da muss ich mal schnappen. Ich lasse halt alle da herkommen. Abschluss bestätigt. Direkt vor uns. Sehen Sie sie? Konzentration. Drei Hitmarker am Anschau. Jetzt beim vierten ist er dann hinüber. Der hört nicht einmal zum Schießen auf. Das tut er. So. Kann da nicht rein, weil sobald ich da reingehe, stehe ich unter Vollfeuer. Und Deckung gibt es da keine. Zumindest keine ausreichende. Da kommen sie jetzt. Zweiter Hitmarker. Wobei ja, das oft gar nicht ein Treffer ist, was da ist. Ah, ist egal. Das finde ich halt schon, naja. Bisschen doof, ganz ehrlich. Man kann es auch anders schwierig machen. Man muss es nicht durch super Gegner schwierig machen. Ich hoffe, das wäre noch weniger, aber ich denke mal schon. Maschinengewehr, na klar. Ja. So.